Moin Leute! Wir stehen hier auf der endlich fertiggestellten Elbphilharmonie, die sich noch im Bau befunden hat, als wir unser letztes Crowdfunding gestartet haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und nun hoffen wir, dass ihr uns bei unserem neuen Projekt genauso tatkräftig unterstützen werdet. Wie viele von euch sicher schon mitbekommen haben, nehmen wir gerade unser viertes Studioalbum auf. Wie auch beim letzten Mal, wollen wir dazu Videoclips machen. Wir haben uns dazu Videoclips zu zwei unserer neuen Songs ausgedacht, die den Aufwand des letzten Videoclips weitaus übertreffen. Wir haben Storyboards geschrieben, Gaststars angefragt, Locations gesucht und eine Filmcrew gefunden, die unsere ganzen verrückten Ideen auch mitmacht. Leider kostet das Ganze natürlich auch eine Menge Geld. Wir möchten euch einen kleinen Einblick gewähren, woraus sich die Crowdfunding-Summe zusammensetzt. Wir müssen eine Filmcrew bezahlen, wir müssen eine Drehlocation mieten, wir müssen Equipment mieten, dann brauchen wir Requisiten und dann muss das Video auch noch geschnitten und nachbearbeitet werden. Für zwei Videos können wir die Summe nicht alleine stemmen. Ein kleiner Teil der Summe geht auch an Requisiten und Kostüme für unsere neue, dazugehörige Live-Show. Und da wir gerade kompromisslos in das neue Album investieren müssen, bleiben uns leider nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schrumpfen den gesamten Rahmen des Projektes ein und sparen ein, wo wir können. Oder wir bitten euch um Hilfe dabei, das mit uns zu realisieren, damit wir spätestens zum Album-Release am 29.09. mit schicken Videos aufwarten können, die genauso extatisch sind wie das neue Album. Wir haben uns wieder einige schöne Geschenke für euch ausgedacht. Ein paar Renner aus dem alten Crowdfunding, wie die wunderschöne Kneipentour oder die Geburtstagsgrüße. Aber auch viele neue, sehr coole Sachen, wie zum Beispiel von uns für euch geschriebene und produzierte Songs. Und natürlich Vorbestellungen für die neue CD. Und einige Nebenrollen für die beiden Musikvideos. Zusätzlich trennen wir uns schweren Herzens von einigen Reliquieren unserer bisherigen Live-Shows. Wie zum Beispiel diesen Bannern hier. Es ist für jeden was dabei. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, diese Videos zu realisieren, dann tut ihr folgendes. Ihr registriert euch auf www.startnext.de und besucht unsere Projektseite. Und dort habt ihr bis zum 30.06. Zeit euch eins von den Geschenken auszusuchen, die wir uns für euch überlegt haben. Für euch ist die ganze Sache eine sichere Geschichte. Denn wenn wir das Geld zusammenbekommen, dann bekommt ihr die Geschenke und wir können mit der Videoproduktion starten. Falls ihr das Geld nicht zusammenbekommen, bekommt ihr ansonsten euer Geld zurücküberwiesen. So sieht das aus. Zu unserer neuen Platte sei übrigens noch gesagt, dass sich unsere Vorringen an Spielfreude und Energie weit übertreffen wird. Wir sind sehr glücklich mit dem momentanen Produktionsstand. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Stöbern durch die Geschenkeliste und danken euch schon mal für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.